So, dann mähe ich aber sicher, neigt sich hier das Einpflanzen des Grases dem Ende zu. Da bin ich wirklich nicht böse drum. Ich fähre hier mal aus. So, dann mache ich mir mal ordentlich Leime auf die Kante. Dann mache ich den Wurstteller. Ich streite mal den Pinsel aus. Dann nehme ich die Sache mal in Angriff. Okay. 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 Hallo. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich schaue mal, dass ich hier das Graszeug drauf sprühe. Hätte ich es nochmal zu tun, würde ich eine Grasmatte kriegen, glaube ich. Okay. 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 So, meine erste Lage ist drauf. Ich fülle mal die Flasche ein bisschen nach. Okay. 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 Kann man so lassen. Gut.